Einfach Pfanne gezogen. We're in. 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 ist nicht da nur ich seitdem bist du denn da ich bin gerade erst gejognt nein endlich FIFA 21 runtergeladen meine Fresse eine Stunde mehr als die anderthalb Stunde gewartet du bist ja auch schon da habe ich gar nichts gehört ich habe übrigens aus der Jazz jetzt eh Fenne gezogen einfach so übel zu lucky die Truhe eine epische Truhe also eine lila geöffnet und einfach ganz gemütlich einfach Stufe 65 und da ist er nicht gezogen ja jetzt werden wir schon erzählt vor zwei Stunden oder drei komm ein Papier schick den für dich ein Papier easy jetzt erst mal Walter Ertribel lernen mit dem Fennec gut erst mal gelernt hier ein bisschen üben damit ich es auch kann jetzt muss ich alles neu lernen weil mit dem Fennec ist ja jetzt ein anderes Auto das merkt man schon dass der Fennec einfach besser zu spielen ist der ist halt so richtig schön was ist das Ding ist Sven braucht gar keinen Fennec mehr den macht ernsthaft glöch ist den der gehalten ich bringe ein Vogelfahrzeug Samtlücker aus dem grundsatz das wäre heiß gewesen wenn er da hat und die 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 Besser ist es. Oh, schön! Haben Cardi! Paul! Reicht los! Gib gelb! Seh ich nicht. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Na, sister. Na, sister. Na, sister. Ja. Na, deck den Ball. Ich kann los. Sieh ich nicht. Schön, Junge. Ach. Ja. Genau. Ja. Ja, das ist ja unklar. Jangan ist ja auch unklar. Ja, wunderbar. Na, beackern ist einfach. Was? Oh! Schade! 4 Schade! Schade! Oh du, nein! Ach man! Ach man! Ach man! Der ist ja schnell! Der ist ja immer 70, alter. Der ist ja schnell sein Fahrrad. Der hat locker ne 80er, neunziger, neunziger, alter. Der ist ja so fucking schwer! Nass mal. Ich bin 20 Meter. Geht auf die Welt. Oh Gott, für die Weltdauer. Was ist jetzt los? Geht's raus? Haha! Gelb, du Affe! Affe alle! Alle viel faul sein! Ah, ich hab keine Chance zu kriegen. Ich hab keine Chance zu sehen! Schön gehalten! Der Ball geht noch raus! Kinderecke, wichtig! Nein! Da gibt's ein Konter entstehen. Nein! Ach man! Ach man! Ach man! Das ist ja bei der ÖPNV! Ich komm hier offen auf den Verteidiger-Tropf, Alter. Ich komm auf den Betropf. Ich geh auf jeden, also auf den Bastard, Alter. Ich komm auf den Ball. Ecke! Das war... schwierig. Ich mach mal Ecke. Ich merke schon, dir macht dieses Spiel jetzt schon Spaß. Es ist geiler als Rocket League und die ganze Wichser. Es ist halt manchmal echt dumm, weil es unlogisch ist. Es ist unlogisch halt, ne? Ja, aber das ist kein Pay-to-Win. Ja, FIFA ist auch kein Pay-to-Win. Nee, gar nicht. Nee, du kannst, reicht schon, wenn du Skill hast. Sven hat auch vorhin eine Mannschaft, der war größer Bogen, aber trotzdem hat der Typ übel Skill. Er hat Sven locker mit nass gemacht. Und der Mannschaft war so, was heißt nass gemacht, aber er hat halt schon, er hat halt krass gut gespielt. Das ist, er hat halt besser gespielt als Sven. Und das zählt dann. Oh, einfach schön! Einfach schön, Junge! Geile Vorlage! Junge, wie sieht Neymar denn aus? Was hat der denn für'n Bart? Haha! Der sieht ja aus wie so'n Kronk! Junge, geil! Vielleicht ist es auch einfach Kronk. Wer hat, was hat denn der für'ne Fresse, Alter? Buschelfresse, sein Vater! Мы haben wegen der Fresse, Temperatur! Mit ihr habt, das ist nicht so, ja. Mit ihr habt, was da ein paar Mal jetzt? Ich bin nicht echt nicht, aber es ist nicht so, ja. Sind die Sache ist, was da ist. Ich bin nicht so, ja. Jonas hat jetzt so, ja. Dasselib du nicht noch ein paar Mal an in die Frage, ist ja. Ich bin nicht so, ja. Äh, damit eine соziatrie. just, wie sieht Rhytaiens aus. Bis zum nächsten Mal.